Wir freuen uns ab sofort bei Austrian Airlines unsere Einwegplastikbecher recyceln zu können, in Kooperation mit dem Flughafen Wien und der OMV. Die OMV hat eine neue Technologie entwickelt, die es ermöglicht, das Plastik wieder in Rohöl und in Folge in Treibstoff umzuwandeln. Nach dem Service sammeln wir von unseren Gästen den Plastikbecher getrennt vom Restmüll ein, um eine Verbrennung mit dem Restmüll zu vermeiden. Diese Plastikbecher werden separiert in einem eigenen Prozess an den Flughafen Wien übergeben. Seit Jahren trennen wir Dosen, Papier und Glas und wir sind stolz darauf, hier zu einem weiteren Recyclingbeitrag leisten zu können und wir freuen uns auf die Unterstützung unserer Gäste. Austrian, the charming way to fly.